Aurora Aurora, Morgenröte, du lebst, o Göttin, noch! Der Schall der Weidenflöte tönt aus dem Haldenloch. Wenn sich das Herz entzündet, belebt sich Klang und Schein, Rohr oder Wuppe mündet in die Ägäis ein. Uns braust ins Ohr die Welle vom ew'gen Mittelmeer, Wir selber sind die Stelle von aller Wiederkehr. In Kürbis und in Rüben wächst Rom und Attika. »Gruß dir, du Gruß von drüben, wo einst die Welt geschah!« Aurora, Morgenröte, du lebst, o Göttin, noch! Diese Überraschung, dass die Morgenröte noch immer dieselbe Verheißung bedeutet, erlebt jemand im Jahre 1948 nach Krieg, Zerstörung, Gefangenschaft. Der Schall der Weidenflöte tönt aus dem Haldenloch. Die Weidenflöte, ein echtes Naturprodukt, das man selbst aus einer Weidenrote schnitzen kann, ertönt also aus einer Aufschüttung, die aus allem Möglichen besteht, vielleicht sogar aus den Trümmern zerstörter Städte. Wenn sich das Herz entzündet, belebt sich Klang und Schein, Ruhe oder Wupper mündet in die Ägäis ein. Ruhe und Wupper sind sicher die unglamourösesten Flüsse, die man sich denken kann. Damit aber identifiziert sich der Sprecher, der sich auch an der Wupper vom alten Griechenland, der Ägäis, inspiriert fühlen kann. Damit wird auch deutlich, dass mit der Morgenröte eine solche des Geistes gemeint ist. Der Kriegsgefangene in deutscher Trümmerlandschaft fühlt sich wie vor ihm ein Goethe von der Überlieferung der Antike belebt. Indem er sich mit dieser Überlieferung beschäftigt, lesend oder auch schreibend als Dichter, der an diese Tradition anknüpft, wird er mit ihr eins. In Kürbis und in Rüben wächst Rom und Attica. Kürbis und Rüben sind die kulinarische Entsprechung zu Ruhr und Wupper. Der Gedanke ist also im Prinzip derselbe. Auch im Lande der Rüben leben die Südfrüchte der Kultur. Gruß dir, du Gruß von drüben, wo einst die Welt geschah. Wenn Welt geschieht, heißt das hier, dass der Mensch Welt in seinem Geiste schafft, und die Welt im Geist ist des Menschen wahre Welt. Und an Wupper wie an Ruhr kann auf diese Weise Welt geschehen. Diese Geisteswelt ist dem Sprecher der große Trost in zerstörter, materieller Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017